Kabelitz, zwei Wochen nach der Jahrtausendflut 2013. Was soll das Datum an von heute? Heute ist der 3. Juli 2013. Hier stand es teilweise gar nicht. Hier sieht man keine Wasserrinder. Wahrscheinlich sind die Teile vom Dorf so hoch, dass nicht alles überfluttet war. Aber Ihre Keller haben Sie alle ausgeräumt hier. Hier sieht es gar nicht so dramatisch aus. Kein Sperrmüll vor der Tür. Thomas, das ist alles schon abgeräumt. Guck mal hier vorne und sind sie gerade dabei, wieder abzuräumen. Das haben die vor anderthalb Wochen schon gemacht. Jetzt müssen wir erst mal warten. Der hat heute hier Gras geerntet. Kabelitz. Kabelitz. Kabelitz.